Männer sind die besseren Autofahrer. Hahaha, dass ich nicht lache. Ich stehe hier beim Autoscooter Lindner in der Straße 1. Schauen wir mal, wer gegen mich antreten möchte. Aber Vorsicht, denn ich habe Rennfahrerblut. Also macht euch auf was gefasst. Und neben mir jetzt die liebe Hanneliese, die Inhaberin vom Autoscooter Lindner. Hanneliese, kannst du endlich mal die Wahrheit ans Licht bringen und sagen, wer die besseren Autofahrer sind, Männer oder Frauen? Sie fragen was. Natürlich unsere Frauen. Ihr habt es gehört, liebe Männer. Die Männer wollen es einfach nicht einsehen, dass die Frauen einfach besser fahren. Lass uns doch den Männern glauben. Das muss man doch den Männern lassen. Das sind doch Männer. Ich werde jetzt mal genau das Gegenteil zeigen. Hey, auf dem Weg! Oh! Ah! Ich mach's schon geil, gell? Mit einer Hand hier und solche hacken. Ah! 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 Dankeschön! Tschüss! Guck! Ah! Ich mach's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017